Der hat Schwangeren den Bauch aufgeschnitten und die Babys zum Frühstück gefressen. Und seine Geiseln, die mussten sich gegenseitig die Augen ausstechen. Der soll eine ganz schlimme Kindheit gehabt haben. Und dann hat er sich aus ganz armen Verhältnissen hochgekämpft. Der Nacken, von dem der da dran ist, der muss immer schön schier und glatt ausrasiert sein. Das ist ganz wichtig. Der Heringspreis hat astronomische Höhen erreicht. Und der Handel mit England ist so gut wie zusammengebrochen. Wir brauchen eine umfassende Konsolidierung aller Staatsfinanzen. Und zwar schnell. Dann hole ich aus, Nacken im Visier, Eimer tief Luft holen und zack und ab ist die Rübe. Dann hole ich aus, hochnen und aus, hochnen und auf, hochnen. Vielen Dank.